Wie siehst du denn aus? Was ist mit dir passiert? Dein Stoffel, ein Stück, ein gewohntes Podium und ist es Papier? Wie siehst du das Sanurideon, ein Tränen auf dem Kopf? Und hast dir eine Nappel-Ponitor in Hose voll gestoppt? Du sagst, der ganze Retro-Shot geht dir von auf die Eier, ist der Mensch schon im Voraus, die Zukunft nachgefeiert. Prblep-pr-pr-pr-pr-pr-pr-pr, AnnahmeFuture n als dein Eier, Es stammt uns erk wondering, nur als Äste im Gesicht. An deiner Hose Sorgen und Erzählen, die ist für buntes Fick. Was du siehst, auch deine Welt, der schmerzt in deinem Meilenen im Luellen. Die Wächste, ein Erzählte, werden sich heilig zerbrengen. Und die 60. sind die Städte, schweizkundet aus Bayern oben. Wir freuen uns auf die Paraport und Frust vom Hälserträumen. Wir sind uns auf die Brüffel, die Wagen, mal guter Haus schneiden. Wir sind uns auf die Brüffel, die Wagen, mal guter Haus schneiden. Wir sind uns auf die Brüffel, die Wagen, doch nicht mehr. Wir sind uns auf die Brüffel, die Wagen, doch nicht mehr. Ich glaub, ich brauche das meine Bratwurst Das heißt, dass ich brauche doch bitte mal ein Bier, denn ich hab nur Was gibt denn, was gibt denn, was gibt denn, was gibt denn, hauptnativen Zeitmaschinen, Blechlawine Go, go, go Revival, wir machen Future Nostalgie Revival, wir machen Kultas Fantasie Revival, wir machen Future Nostalgie Revival, wir machen Kultas Revival Revival